so wieder da und ja mal sehen ob ich auf irgendwas selber kann mit dem hier da war gestern ein richtig richtig guter drauf schade aber der hat echt der war übelst gut der hat echt 19 zu 1 kd gehabt und alles und ich war froh dass ich ihn einmal gekillt habe also der war echt übelst gut mal sehen wie es jetzt wird alle gegen einen naja auch okay der mich weniger bringt zwar keine punkte aber und keine erfahrung aber gerade 1 gegen 1 ist immer lustig der ist rausgegangen ja dann gleich darf ich gleich wieder ein neues spiel reintüren nico mal sehen Nein, der ist nicht rausgegangen, da ist jemand dazugekommen. Perfekt. Wir sind die eigenen abschießend, passt schon. Wenn man schon mal die Chance hat, dass jetzt auch noch gezählt wird, dann auf jeden Fall kehren. Oh, es ist sogar noch eine dazugekommen. Die geht ja mal besser. Okay. Okay, jetzt wird es gleich ernst. Okay, hinten war einer. Einmal heilen. So. Also ich stehe gerade schon ein wenig sehr zu oben. Ach du Kacke. Drei gegen ein, okay, da hat man keine Chance. Da kommt auch noch der vierte dann gerade dazu. Ach, ich hasse es. Man wird immer hier gerespawned. Man regt so auf. Okay. Wollen wir die schon mal vorwerfen? Was ist noch nicht los? No, don't hear. Fuck. Hallo? Ah nein, hätte ich noch mal mehr geschossen, dann wäre der jetzt am Arsch. Okay, das hatte ich gerade nicht gesehen, dass der nicht von uns ist. Naja, passt schon. Da, ne, war von uns. Okay, mal sehen. Ach du Scheiße! Das sah gerade ein No-Scope aus, weil er einfach den neben den Kopf gehalten hat. Okay. Hups! Da habe ich sie sogar ausgesehen erwischt. Okay, wo sind sie? Gerade in Weidung, da. Ach du Kacke, nein. Ah, Mann, ich bin noch da drüber gesprungen. Okay, der ist jetzt am Arsch. Ich werde den jetzt. Ja, das hat michicaid gegründet hat. hier oben schauen wenn wir uns machen können was steht da einfach nur darum muss so das ist ja und okay das wird doch nicht der andere den abschließt ich kann mal helfen das ist der beste das ist doch schon mal was da steht da unten hier von hier aus da scheiße mann wiederverborgen naja bisher 6 zu 5 also noch geht's aber jetzt weiß ich mal wo der ist nämlich da da ich eben gerade gesehen da war einer scheiße okay der ist jetzt am arsch wenn ich jetzt schon mal okay da da okay der ist jetzt am Arsch. Jetzt ist er am Arsch. Wie ein Ganner hat er keine Chance aus dem hier. Eben mal Level sagen. Okay. Ich glaube ich gehe jetzt hier dann. Danke sehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist es? Was ist das? Was ist das? Werteig. Das war die Pilze.